Musik Sie möchten wissen, was unsere Musikschule Rodewisch e.V. so besonders macht? Nun, vielleicht sind es die vielen netten Mitarbeiter. Oder unser modernes Veranstaltungszentrum Kunstwerk. Vielleicht aber auch die Wohlfühlatmosphäre in unserer Kunstwerkkantine. In jedem Fall gehört aber unsere neueste Idee dazu. Unser kostenloses Musikschultaxi. Musik Das ist Vincent und er lernt an der Musikschule Rodewisch Cello. Vincent wohnt mit seiner Familie im wunderschönen Dorf Wildenau. Leider fahren hier im Dorf nicht so viele Busse wie in der Stadt. Um in die Musikschule zu kommen, mussten seine Eltern immer mit dem Auto nach Rodewisch fahren. Das war für die Familie oft gar nicht so einfach, denn Vincent hat noch drei Geschwister. Deshalb haben wir uns etwas einfallen lassen. Seit 2019 gibt es dank der Förderung durch das Bundesland Wirtschaftsministerium an der Musikschule Rodewisch ein Musikschultaxi. Deshalb freuen sich Vincent und seine Schwester, dass sie heute mit dem Musikschultaxi abgeholt werden. Nun kann es losgehen. Nun kann es losgehen. Nach dem Unterricht noch ein heißer Kakao und dann geht es wieder nach Hause. Sie wollen wissen, wie unsere Idee ankommt? Wir haben nachgefragt. Hey! Wir sind Lea, Naemi, Sarah und Tabitha. Wir spielen alle vier an der Musikschule Rodewisch Klavier. Seit diesem Sommer werden wir nach der Musikschule von Silas mit dem Musikschultaxi nach Hause gefahren. Das ist für unsere Eltern eine echte Zeitersparnis, da sie uns in Rodewisch nicht abholen müssen. Silas ist auch immer nett und bringt uns auch sicher nach Hause. Das Musikschultaxi ist ein tolles Angebot. Wir hoffen, dass es auch in Zukunft weiterhin angeboten werden kann. Tschüss! Ich bin Ernest Katrin Wölz. Ich bin die Mutti von der Lena, die im Rodewisch an der Musikschule das Fachzeichen vorbeinahmt. Ich fahre jetzt seit mehr als 20 Jahren unsere Kinder zur Musikschule in Spitzenzeiten bis zu dreimal pro Woche. Für mich war das immer ein großer zeitlicher Aufwand, den ich aber gerne aufbracht habe. Gerne habe ich im letzten Jahr angenommen die Hilfe, die mir in das Musikschultaxi angeboten wurde. Ich habe praktisch somit einen freien Tag in der Woche erhalten, den ich anders verplanen kann und für andere Dinge nutzen kann. Ich hoffe, dass dieses Projekt noch sehr, sehr lange besteht und es auch noch anderen Musikschülern dort die Zeit der Eltern ersparen kann und somit geholfen werden kann. Herzlichen Dank auf diesen Weg an den Pfarrer und an die Musikschule in Rodewisch.